Hallo Hallo, jetzt Willkommen, BitWalker hier. Es geht weiter hier mit Outlast. Trauen wir eigentlich gar nicht weiterspielen, weil es mir einfach fast zu gruselig ist das Ganze. Aber was soll's, da müssen wir einfach durch, jetzt nutzt ihr nichts. So, jetzt schauen wir ganz kurz her, weil die Settings laufen, ja passt, und dann legen wir los zum Starten drücken. So, ja, fortfahren. Fahren wir fort. Ich grusel's jetzt schon, ich sag's euch. Das ist nichts für meine schwachen Nerven. Man muss ja nichts. So, aufrechte Sitzposition, dass wir entsprechend schnell reagieren können. So, Status ist, wir sind ja da im Kettle unterwegs, genau. Das hab' ja so oft, da haben wir die Kamera gehabt. Meine Nachtsicht, Akku ist voll. Da hinten haben wir Batterien gehabt. Batterien holen wir uns jetzt nochmal. Frische Batterien, weil die brauchen wir noch nicht. Und ich muss da sicher gleich mal wieder davonlaufen, weil irgendwo... Irgendwo ist da unten nämlich einer. Wer ist da? 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 Hör'n tu ich nix. Dann hol' ich gleich wieder zu sicher jetzt halber. Zeigen die schnell zum Anfang noch schnell kurz. So machen, gut. Super. Macht den Mega Wirbel. So, da. Ah, warte, das ist der anderes Aggregat. Das war der Raum, wo wir hingeflüchtet sind. Zuerst. Warte, wir kommen da ohne. Komm ich da ohne. Nein, da sind wir gar nichts ohne. Ahn. Warte, was na? Ich will da nicht raus. Ich will da einfach nicht raus. Wir haben ja Schritte, glaube ich, oder? Wo, 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 versteckte, versteckte, versteckte. Wuh, wuh, wuh. Bin ich da? Alter. Also ich sieht mich da nicht. Wo ist denn Erkurs gleich leer? Mal wurscht. Hopp. Bin ich da. Wo ist er? Geht er wieder? Geht er wieder? Ich glaube, ist er weg, hm? Der Akku ist zwar leer, sehe ich es gerade, aber leu. Aber geh du es trotzdem, oder? Latscht. Achso, dafür aber, aber nicht. Latscht da nicht mal herum. Scheiße, echt. Latscht. Wird's wahrscheinlich sehen. Hinten du hast eine Runden irgendwo? Hinten Latsch da, da hinten geht er Ah, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er Nein, 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 versteck dich, versteck dich, versteck dich Ah, er kommt von hinten Hinten latscht, oder? Oh, wo ist, wo? Bewegen, 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 bewegen Was laufen einfach rein, komm rein, 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 Tür zu, Tür zu, wo ist eine Tür, da ist keine Tür Nichts zum verstecken, scheiße Oh, da kommt, ah, scheiße, der kommt auf mich zu Lauf, 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 la Au, au, au! Alter, alter, alter! Ich sehe nichts! Scheiße! Geh weg! Pst! Weg! Ist der Akku noch leer? Hüpfen wir noch! Ich spiele das auf normal, verstehst? So, nochmal von vorne. So, hallo an Ronny, hallo an Resertal, an Mixery, an Dr. Sloppy, Tavorok, Servus, grüß euch! Webprinz, hallo, unter... Marcel, der Erste, ist auch da unter. Rexo, grüß euch! So. Alter Schwede, sag's euch! Ich... Das ist nix für mich. Irgendwas anderes downloaden sollen, Rain Man oder irgend sowas. Weiß ich nicht, was ich drüber bekomme. Pass auf, jetzt werden wir mal versuchen... Ich sehe noch einer, der da herumläuft. Wer ist da? Ich werde eins versuchen, nämlich... Äh... Zuerst, dieser Aggregat da einschalten. Oh, jetzt ist die Tür da, schau! Jetzt laufe ich gleich durchüber. Schöne diese Aggregat ein. Und verstecke mit dem Kosten. So, machen wir das jetzt. Huh. So, dann wird der Strom sparen. Die Schreibtür hören wir keine, gell? Oder doch, jetzt halt. Jetzt, glaub ich... Weiter, kommt er. So, ist die Folge, was macht er? Schaut er ja da wieder aus. Waaah. Schaut er in die Kästen rein, oder was? Gehau bloß ab. Was muss ich jetzt in den Urteil haben schauen? Starte den Generator im Keller neu. Okay. Jetzt hat er die Batterie, schau. Ne. Oooooooh. Da kommt er wieder. Jetzt wird er da rein. Jetzt wird er da rein. Scheiße, da latscht er schon wieder, schau. Nein, nicht zu mir. Hopp. Weg. Geh raus. Okay. Das heißt übrigens, es ist viel zu hell bei mir für das zum Zocken. Mir reicht das jetzt auch schon. Da oben ist er. Wo geht er jetzt hin? Keine Ahnung, nein, nein, du hast nichts gehört. Jetzt täuscht dich noch mein Freund. Ah, scheiße, 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 scheiße. Scheiße, verdrückt, 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 verdrückt. Ah, ah, ah. Das mache ich denn nichts hören eigentlich, außer davonlaufen. Ich laufe wieder da rein in die Sackgasse, oder? Rein da. Und da, was ist da? Tür zu? Ah, da kommst du nicht rein, bleib doch stehen bei der Tür. Nein, da kommst du nicht rein. Da kommst du nicht rein. Nein! Nein! Natürlich kommt er schon rein, eh ganz klar. Wer ist denn da jetzt? Scheiße! Ah, durch, 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 durch! Wo ist, läuft mir der jetzt hinterher, oder? Ich glaube nicht, das ist zumindest dies. Irgendwas hört trotzdem noch. Alter! So, schauen wir mal, ob er das schon weg ist da unten. So, frische Batterien rein noch gleich. Wie viel muss ich denn da freischalten da unten? Wie viele Generatoren? So, der ist einmal weg da, oder? Ich hoffe, dass er wenigstens so dumm ist, dass er immer seine, seine gleichen Bahnen zieht. Das wäre super. So, zwei Generatoren habe ich ja schon eingeschalten. Da steht er wieder schon. Man, niemand, niemand, du siehst mich nicht. Blus ab. Das ist schon wieder schon. Angewicht jetzt einmal. Fix Batterien und Wär Nummer drei. Der ist jetzt da rüber, rüber gegangen. Ja, 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 ja. Jetzt weiß ich aber nicht, welche Generatoren... Achso, da wo das Licht brennt, wird der Generator schon laufen, gell? Das heißt, ich brauche nicht die anderen... Er beobachtet, ob er erst hinrennt. Pass auf, jetzt schauen wir mal, was der da macht überhaupt. Vielleicht läuft er da eine gewisse Runde, die man eh kennt. Und dann kann man das vielleicht ein bissl anpassen. Aber jetzt die Frage, ob der immer jetzt wieder rauskommt da. Was ist mit dir jetzt da? Ah, jetzt kommt er schon. Wach, wo der es hinlatscht. Er geht immer wieder da rauf, okay. Jetzt geht er rechts rum, wenn's wahr ist. Ja, genau, schau. Das heißt, das nächste Mal, wenn er wieder links rum geht, dann geht's am anderen Generator. Jetzt sind die Batterien schon wieder leer. Mann, oh Mann, was tust du denn, wenn die Batterien komplett leer sind? Dann kannst du sie anpacken. Dann war's das. Jetzt kommt er wieder. Wie ist denn? Wo ist der jetzt? Mann! Er hält sich aber nicht da an der Abmachung, dass er sagt, dass er immer die Runde da geht. Rechts kommt, äh, links kommt er. Wenn er wieder zum Pult drauf geht, nehme ich an. Genau, es ist wieder da. Okay. Aber jetzt schauen wir, wo der noch wieder links rüber geht. Also wenn er jetzt links rüber geht, dann geht's rechts, dann kann man einen Raum noch den anderen abarbeiten. Da kann ich wieder nach rechts schon sein. Zumindest kann ich mal annehmen. Es schaut so aus, dass immer die Runde links rum geht. Das heißt, ich warte jetzt da mal. Oh, er kommt wieder raus. Ich hoffe, dass es wirklich so geht wie... Oh, er geht links rum. Hier geht's in den Raum rein. Der Generator läuft doch eh schon, oder? Der ist eingeschalten, ja? Oh, er kommt wieder zu mir rüber. Der geht immer hin und her. Ja, das reicht mir jetzt nicht. Eigentlich nicht. Ja, komm, was wissen du von mir? Ich kann nichts machen, weil den kann ich kaum meine, oder? So stark wird's gut gelaufen. Da rein, da rein, runter, da links, da rauf, da rein, da durch. Okay, so, dann können wir das jetzt nochmal probieren, nur mal zwei Batterien, so ausschaut das normale Licht mögen sie ja nicht sonderlich, und dann probieren wir es heute nochmal. Also dann geht die Runde so, dass er zuerst links ist, dann neben den, und dann kann er wieder zurückgottieren, oder was weiß ich nur, weil er mich gehört hat. Soll ich rein, oder nicht? Imulatsch da jetzt wieder? Schaas. Ich möchte ein bisschen Akkus sparen, weil solange es nicht braucht, ist mir wurscht. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist hingegangen. Oh mein Freund, wo bist du? Bist du, wo bist du? Man. Dann muss ich durch Batterien wechseln, sonst ist ja nichts. Ja so schlimm, momentan ist wirklich nicht schlimm, weil jetzt bin ich natürlich gefasst, und weiß was los ist. Jetzt geht er auf die Budel rauf, sonst ist er da oben, gut. Sie ist hinklatscht. Ich gehe mal da rechts rüber. Dann kommt er wieder. Da ist er wieder da oben, gut. So, wo gehst du hin? Es geht wieder rechts rüber. Ah, jetzt kommen wir wieder raus. Ah, es kommt wieder in meine Richtung, was soll denn der schmoren? Okay. Bleib ich sitzen, er kriegt das gar nicht mit, dass ich da bin. Okay. Okay. So, du wolltest auch, ah, du wolltest auch schauen, wann. So, pass auf, jetzt haben wir noch mal, ich weiß nicht wo die, wo die, wo der jetzt drinnen ist, gell? Ja, da oben steht er wieder, oder? Ja. Da ist er wieder oben. Jetzt rechts rum geht, gehen wir einfach mal hinterher. So. Oh, das ist eigentlich dumm, was gibt es denn? Ach. Ach. Na, ich wollte das noch lohnen, gut egal. Was ist diese Spiegelung, scheiß mir an. Oh, da gibt es Batterien, schau. Und hier die Mengeleischung wieder. So, dass du da hin bist. Bitte. Ist keiner so genau? So, da ist eine. Oder was ist da? Ohne Bad. Das ist stockdunkel. Stockdunkel, das Ganze da. Ah, scheiße, 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 wieso ist der da jetzt? Komm, mach zu, mach zu doch, die Tür. Lauf, 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 steh auf, lauf, lauf doch, lauf doch, lauf doch. Lauf, 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 lauf,läuf, lauf, lauf... Lauf, 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 lauf. Und rein. Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse. Kasten, rein. Ah, iss ist doch. Lauf, lauf, lauf. Ah, ah! Ich weiß. Massacreser. Ah, verdammt. Tor rüber, tor rüber, tor rüber. Tor rüber, tor rüber, tor rüber, tor rüber. So. Wir kommen in Wetter. Mann, 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 Mann. Wie es ausschaut, läuft er da nicht weiter bis zu diesen... zu diesen... Was ist denn da? Das Licht scheint er nicht zu mögen. Steh auf. So, jetzt kann man das ganze wieder erarbeiten da von vorne. Oh, Mann, 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 Mann. Jetzt kommen wir wieder von Tor 1. Mann, 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 Mann. So, komm, es verschwindet da wieder. Wie wird er da rein? Weißt du, ich probiere was? Was? Jetzt schau, ob ich da eh eingeschalten hab, das Aggregat. Das läuft eh, oder? Das hab ich schon. Gut, das heißt, die zwei Aggregate... Ich probiere da schon. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht da zu mir. Obwohl es wurscht ist. Ich weiß schon, ob ich wegkommen kann. Natürlich kommt er da jetzt rein. Wurscht, komm, geh weg, geh weg, komm. Wurscht. Weiche ein. Weiche ein. Laufen wir hinterher. Haha, bis jetzt langsam. Lala, lala, lalalala. Da läuft er mir schon nicht mehr hinterher, geh. Da ist er schon nicht mehr. Kann ich eigentlich schon rausgehen? So weit drauf, das ist schon gar nicht cool. Jetzt kann man nur mal sagen, das ist mein fixer Punkt, wo man flüchten kann und es passiert nichts. So, jetzt habe ich nur noch mal einen Akku Einzig was man für Sorgen macht, weil den einen Raum ich trotzdem noch brauche So, ich bin immer nicht weiter, ich bin immer die selbe Stelle, wo der hängt So, jetzt komme ich wieder her Schau, da bist du ja wohl Jetzt gehst du dann mal in deine Teams kontrollieren, deine zwei Aggregate da drüben und dann kann ich mich noch mal hinten rein und probieren wir das noch mal Habe ich nicht, ich brauche nur schauen, da steht er, genau und ich hoffe es geht ja rechts rum, komm, geh rechts rum, rechts rum Da muss ich mir nur einen reden Weiter jetzt, komm, jetzt schau nicht so blöd Zombie gefraßt, oder was ist denn das überhaupt? Das ist doch kein Zombie, ist irgendein Wieder da rein Oder auch nicht, wer schaut Was ist wieder da? Wieder, komm, jetzt verroll dich da mal Hau bloß ab Hau bloß ab, mein Freund Jetzt glaube ich haben wir es auch Jetzt bin ich mal wieder da Ich muss trotzdem aufpassen, weil es nicht mehr Akku leer Ich weiß nicht, ob das ist der frisch eigener Zombie war, der mich noch verfolgt hat Ich weiß nicht, ob das ist der frisch eigener Zombie war, der mich noch verfolgt hat Oder auch im Dunkeln ist nicht gut munkeln, gell Scheiße, das ist wieder zu Uuaah, Mann Ich bin nicht da Leise, leise Leise, leise Ich frage ich jetzt, von wo kommt der überhaupt? Kommt der vielleicht von da hinten wo der ist hin, Large? Die Frage ist, was habe ich da hinten eigentlich getan? Da war ich doch schon, oder? Mach auf jeden Fall mal zu Das macht mit voller Lautstärke zu, verstehst? Alles machen wir leise und dann wir da ruhig verhalten Schalt das ein Das ist was gebracht, außer nichts Was ist das? Eine Batterie, ja Sag dann, halt mal Starte den Generator im Keller neu Ok, Geräuschkulisse passt Oder? Ich bin nicht sicher, ob ich den da latschen Ja, warte, muss ich kurz in meinen Kosten reingehen Ich geh jetzt rüber Schritte draußen Jo, jetzt kommt er rein Ach, hau bloß ob Oh, ich stehe mit dem Kosten Ja, du kannst durchkommen Wie, du schaust da um mich rein? Ich schau dir in die Kisten rein, schau dir das an Hallo Eiffelkater, servus! Hallo Eiffelkater, servus! Also, ich spreche dann noch mal